Hallo, ich bin Lisa, bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Brezir. Ich mache meine Ausbildung im Reformkonto an Zahntin, bin drittes Lehrjahr und lerne Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Lisa kam durch ihre Tante auf die Idee, Fachkraft für Lebensmitteltechnik zu lernen. Die ist selbst in dem Beruf tätig und konnte Lisa so viele gute Tipps geben, vor allem für die Bewerbung. Dann hat sie mit Reformkontor ein Praktikum vereinbart und konnte so ihren neuen Betrieb bereits vor der Ausbildung kennenlernen. Ja und dann stand für mich fest, dass ich meine berufliche Zukunft hier im Land aufbauen möchte. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr machen wollt, dann macht es so wie Lisa und fragt Freunde oder Familie um Rat. Lisas Tipp geht auf Berufsmessen in eurer Region. Dort kann man gleich mehrere Berufe, Betriebe sowie die passenden Ansprechpartner an nur einem Tag kennenlernen. Und euch noch viel Erfolg beim Durchstarten in MV. Tschüss!